An meine Landsleute, Berthold Brecht, 1949 Ihr, die ihr überlebtet in gestorbenen Städten, habt doch nun endlich mit euch selbst erbarmen. Zieht nun in neue Kriege nicht, ihr Armen, als ob die Alten nicht gelanget hätten. Ich bitte euch, habet mit euch selbst erbarmen. Ihr Männer, greift zur Kelle, nicht zum Messer. Ihr säßet unter Dächern schließlich jetzt. Hättet ihr auf das Messer nicht gesetzt. Und unter Dächern sitzt es sich doch besser. Ich bitte euch, greift zur Kelle, nicht zum Messer. Ihr Kinder, dass sie euch mit Krieg verschonen, müsst ihr um Einsicht eurer Eltern bitten. Sagt laut, ihr wollt nicht in Ruinen wohnen und nicht das Leiden, was sie selber litten. Ihr Kinder, dass sie euch mit Krieg verschonen. Ihr Mütter, da es euch anheimgegeben, den Krieg zu dulden oder nicht zu dulden. Ich bitte euch, lasst eure Kinder leben. Dass sie euch die Geburt und nicht den Tod dann schulden. Ihr Mütter, lasst eure Kinder leben. Am Ende des Zweiten Weltkrieges begann die Räumung der Konzentrationslager. Die Häftlinge wurden auf sogenannte Todesmärsche geschickt. Ein Ziel, Gadelegen. Transporte kamen aus den KZs Mittelbau Dora und Hannover Stöcken. Im April 1945 zwangen die Nazis die Häftlinge in die Feldscheune Isenschnippe. Dort verriegelten sie die Tore und setzten diese in Brand. Dabei kamen 1016 Menschen ums Leben. Menschen, die aus der brennenden Scheune fliehen wollten, wurden erschossen. Nur wenige entkamen diesem gezielt geplanten Massenmord. Wenig später erreichten US-Truppen Gadelegen. Gerade außerhalb der Stadt ist ein zielendes Lagerhaus, in dem die verkohlten Körper hunderter Häftlinge heute noch immer schwelten. Sie waren eingeschlossen und lebendig verbrannt worden. Kriegsberichterstatter aus den USA. Für die Opfer wurde auf Befehl ein Ehrenfriedhof angelegt. Die Bürger der Stadt Gadelegen mussten sie bestatten. Zum Teil waren sie bereits verscharrt worden. Eine Hinweistafel verpflichtete die Bürger, die Gräber dauerhaft zu pflegen und das Andenken an die Ermordeten zu wahren. Auch unter sowjetischer Verwaltung blieb der Friedhof bestehen. Anfang der 1950er Jahre entstand eine städtische Mahn- und Gedenkstätte. Ein Haus für eine Dauerausstellung, das war ein lang gehegtes Ziel. Nun eröffnete die Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe ein Dokumentationszentrum. Am internationalen Tag der Demokratie. Kern ist die Ausstellung Gadelegen 1945, das Massaker und seine Nachwirkungen. Dabei setzt man sich am historischen Tatort mit dem Todesmarschverbrechen der Nazis auseinander. Die Ausstellung betrachtet das Massaker von allen Seiten. Es kommen Opfer zu Wort. Durch private Fotos erhalten sie ihren Namen und ihr Gesicht zurück. Zudem richtet sich der Blick auf die europaweite Räumung der deutschen Konzentrationslager vor den alliierten Truppen. Des Weiteren geht es um die Täter. Besucher können und sollen nach Motivation und alternativen Handeln fragen. Es geht aber genauso um die Erinnerungskultur verschiedener Zeitepochen. Geschichtspolitische Deutung zu DDR-Zeiten gegenüber den Entwicklungen seit der Wiedervereinigung. Offizielle Geschichtsbilder gegenüber zivilgesellschaftlichem Engagement. Aber auch die regionale NS-Gesellschaft in der Altmark steht im Mittelpunkt. Schwerpunkt der Ausstellung bilden die Transportzüge und Gewaltmärsche nach Gadelegen. Die Dauerausstellung ergänzt das bestehende Mahnmal im Außengelände. Beides lässt sich einzeln besuchen. Die Dauerausstellung ergänzt das bestehende Mahnmal im Außengelände. Die Dauerausstellung ergänzt das bestehende Mahnmal im Außengelände.